hallo und herzlich willkommen zu einem let's play zu minecraft dieses let's play ist das erste das heißt ich weile jetzt mit diesem let's play meinen kanal ein fangen wir damit gleich an wir nennen unsere welt jetzt mal vor youtube game mode zweifel natürlich können wir jetzt anfangen so und wir landen in irgendeinem komischen dschungel wo ich keine ahnung habe wo wir sind wir spielen glaub auf normal steig hoch so fangen wir gleich an zuckerrohr cool wasser so ähm wollen wir mal ein bisschen rumlaufen also erst sollten wir uns holz für die nacht holen habe ich das dann auch auf hart genau ja genau das stimmt ups ich habe die bonus chest vergessen die war ja da irgendwo noch wir haben die an Achievement get So, jetzt haben wir schon mal eine eine, ein Crafting Table. Da machen wir uns gleich ein paar Sticks mit einer Axt und einem Schwert und vielleicht nachher noch eine Schaufel. Das ist im Moment nicht so wichtig. Was noch wichtig wäre, wäre eine Spitzhacke, die ich mir jetzt noch aus Holz crafte. So. Die ganze Zeit Achievement Get. Ich bin es gar nicht mehr gewinnt, weil ich es normalerweise immer auf einer Welt spiele, wo das schon ganz lang her ist, dass ich da angefangen habe. Soll ich jetzt die Bonus-Test noch suchen oder nicht? Soll ich nicht? Ich gucke mal nach. Wenn sie noch da ist, dann ist gut. Ich habe aber gar keine Ahnung mehr, wo ich hergekommen bin. Da komme ich nicht hoch. Ich glaube, ich kam von irgendwo da oben. Und soweit ich die Bonus-Test kenne, muss sie irgendwo auf dem Grund liegen. Irgendwo hier in der Nähe. Muss sie doch sein. Uh, Lara. Ach du Scheiße, das ist eine Hülle. Ich lasse das mal. Da ist bestimmt Monster drin. Ein Ozelot, yay! Und Hühnchen. Ich glaube, die Bonus-Test, die suche ich jetzt nicht mehr. Stattdessen, irgendwie habe ich Lust, im Wald zu leben und in keinem Urwald. Ein ganz normaler Wald, das wäre mir viel lieber. Ich mag es in der Waldwelt total. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Inwie gibt es das nicht. Und was zu essen brauche ich auch bald. Ich muss mir mal einen Überblick verschaffen von hier oben. Oh, diese scharfe Nerven. Das bringt mich immer zum Ausrasten. So. Sieht mal toll aus hier. Ich gehe mal auf den Bär. Schaffe ich das noch, bevor es Nacht wird? Hoffentlich schaffe ich das noch. Ich glaube, das sollte ich schaffen. Ich bin ja schon da. Da gibt es Skelette. Und schon bin ich oben. Okay, noch ganz einfach. Oh, das ist noch ein bisschen. Kühe, sehr gut. Da kann ich jetzt anfangen, Fleisch zu sammeln. Oh, die ist aber weit runtergefallen. Das ist ein bisschen unlogisch. Die andere müsste eigentlich weglaufen. Auch irgendwie unlogisch, dass der da hier in der Luft schwebt. Und mir fällt gerade ein, ich habe hier quasi einen total Hunger. Das liegt daran, dass ich wahrscheinlich auf Hard spiele. Ja, Hardcore ist wahrscheinlich auch schlimmer. Ach du Schreck, jetzt muss ich was essen. Hm, die Berglandschaft. Ja, jetzt sollte ich anfangen, ein bisschen Stein abzubauen. Hoffentlich schaffe ich das. Ah ja. Baue ich jetzt ein bisschen Stein ab. Holz habe ich auch nicht mehr, super. Das wird eine schöne Partie Minecraft. Übrigens gibt es dann bald auch Multiplayer von mir als Let's Play. Bloß im Moment ist es halt schwierig, weil nicht so viele da sind. Es sind ja gerade Sommerferien. Da wird es halt schwierig. Und ich bin auch nicht immer da. Also, ich habe auch noch einen zweiten Kanal. Der heißt The Tipics. Da, falls jemand Blender kennt, das ist ein 3D-Animationsprogramm, das es umsonst im Internet gibt. Ähm, ist so, ähm, ja, also das ist richtig cool. Kann man richtig tolle 3D-Animationen machen. Ich habe auch meinen Vorspann damit gemacht. Ähm, genau, wenn ihr den anderen Channel checkt, dann sind da Tutorials von Blender drauf. Und noch, kommen wahrscheinlich noch ein paar Filme von mir. Ich animiere nämlich gerne. Also, ich mache gerne Filme. Oh. Ähm, jetzt sollte ich mir einen Ofen bauen. Denn erstens wird es Abend. Da sollte ich mir noch was anderes als einen Ofen bauen. Ähm, ach verdammt. Kann man das so machen? Ja, gut. So, dann kann ich ja noch kurz was fällen. So, irgendwie Holz fällen. Äh, Bäume fällen. Wieso gibt es hier verdammt nochmal keine Waldwelt? Das nervt mich voll. Oh, shit. Ja, noch zwei Leben. Ja, toll, wir kommen jetzt hoch. Und rennen kann ich auch nicht mehr, auch toll. So, dann müsste da doch... Wo ist mein Beef hin? Achso, es reicht nicht ein Stock. Ähm... Komm schon. Einmal Steak. Ups. Ich sollte mir ein Mortier anlegen. Und wackeln. Machen wir das hier oben. Gemütlich. Gemütlich. Also... Irgendwie schon mies, dass ich keine Fackeln hab. Je, ich hab Kohle. Dann kann ich jetzt... Ach, verdammt. So, da kann ich jetzt kurz, ähm... So, da kann ich jetzt kurz, ähm... Vier Fackeln machen, super. Perfekt. Ah, Kohle. Ah, Kohle. Das ist interessant. Können wir uns hier so lang noch in den Berg reingraben. Das funktioniert, super. Ich hab schon gedacht, das muss man mit einer Steinachse machen. So, mit Leder kann ich mir ja jetzt hier noch was machen. Ähm... Jetzt setz ich mal den Steinofen hier hin. Ähm, dann koche ich hier noch was. Drei, so. So, dann kann ich aus dem Leder hier, ähm... noch einen schönen Mantel machen. Mehr oder weniger Mantel. Oh, das reicht sogar. Ähm, weil ich hab schon gedacht, es reicht nicht. Ähm, dann hab ich hier das Tunikteil da. Hm, sieht doch schon ganz gut aus. Ähm... Ja, also... Das war's eigentlich. Nehmen wir die Steaks rein. Oh, was fand ich jetzt? Das kenn ich jetzt noch nicht irgendwie. Funny. Okay. Ich hasse diese Monstergeräusche immer. Im Moment kommt kein Monstergeräusch, aber ich hasse die trotzdem. Hm, so. Was können wir denn noch... Wir können uns ne... Stein... Entweder eine Stein-Axt oder eine Stein-Picke machen. Ich mach jetzt eine Stein-Axt, das ist für mich einfacher. Und ein Stein-Schwert ist immer noch besser als ein Holz-Schwert. Ja, und dann können wir hier noch was verbrennen. Nämlich unsere... Halt, die brauch ich ja noch. Ähm, das Schwert können wir weg. Ähm... Also Ressourcen haben wir hier irgendwie genug. So, ähm... Wir haben hier noch kurz ne Schaufel gemacht. Können wir die... Äh, dann können wir die zwei auch noch verbrennen hier. Ich werde nämlich viel Fleisch... Also viel Essen brauchen, äh... Wenn ich unterwegs bin. Ich tue jetzt einfach alles da rein, so. Ähm... Ja, ähm... Können wir uns das unten mal ein bisschen ordnen. So. Äh... Äh... Essen kommt mal hier hin. Diese ganzen Blöcke und Ressourcen kommen mal nach rechts. So. Perfekt. Drei Steaks. Huh, ich bin Level 1. Das hab ich gar nicht bemerkt. Ist ja voll gut. So, ähm... Hm, guck ich mal raus, was da ist. Monster. Sieht noch nicht so aus, irgendwie. Jetzt nachts lieber nicht raus. Das sind überall Creeper. Ja, was kann ich dir da noch erzählen, ähm... Naja, wir können warten, bis das Tag ist. Hm. 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 Wir fangen jetzt an zu meinen. Den Berg. Ist doch viel besser mit dieser Steinpickstacke. Äh, Pickstacke, das hab ich schon. Äh. Hm. Brauchen wir hier eine Fackel, damit wir was sägen. Vielleicht finden wir hier Eisen. Ach du Schreck, hier ist irgendwo ein Skelett. Äh, ich hasse Skelette. Ich hasse Skelette. Hm, da können wir ein bisschen weiter hier in die Länge fahren. Ach du Schreck, da geht's raus. Funny, da höre ich Skelette. Ich würde sagen, mit Action geht's dann einfach in der nächsten Folge weiter, oder? So, mit... Ja. Mit Action. Ja. Also, ich würde dann sagen, machen wir für heute Schluss. Ähm, weiter geht's dann einfach in der nächsten Folge, okay? Also sehen wir uns dann. Tschüss!